Der erste Lauf der DTN-Profi 2022, das erste Rennen auf den Norisring. Ein bisschen Unordnung hinten im Feld, Rennen trotzdem freilich. Und bei Frau Schiing jetzt ist die Frage, wer richtet hier den ersten Fahrrad und Rekord auf? Die Rennleitung ist nicht sehr entabrucht und ich denke, Heidemann hat den Glück gehabt, den führenden Portschiff von Daniel Gregor hinzufelden. Gregor hat die Spitze in Tasan und Heidemanns Seite an Seite an der Rennleitung gekauft. Die Rennleitung hat also bleibt frei. Die Rennleitung hat die Rennleitung von KM1, einen Kilometer Handwegallschutz von Startplatz 8. Bereits um vier Positionen die Schnellste. JP Sassan rausgefallen aus diesem Feld. Wir sind 21 Minuten plus eine Runde von der Zielflage entfernt. Wir warten auf das grüne Licht und jetzt erst gasgegeben und da hat Tim Heidemann sehr schnell reagiert. Daniel Gregor hat den Start komplett verschlafen und wird jetzt nach hinten durchgereicht. Das war die Abteilung Schlafmünze, was der Youngster in Borde Nr. 25 jetzt abschließend vertastet. Ich hoffe, dass wir gleich verheißen, dass wir gleich verheißen, wenn es nicht verheißen wird. Der zweite München der Seele ist nicht betroffen. Die zweite München, die müssen wieder aufzubrennen. Der zweite München noch auf der Strecke allerdings sehr langsame Fahrt, denn da ist offensichtlich die Radaufhängung beschädigt worden. Gregor in der Formation, das passt wunderbar und jetzt geht's zur Sache. Gut gestartet, Foliev aus der Zeitreihe kollegiert bis an den Gregor, der wird es festlich genommen. Foliev rechts vorne, Radaufhängung, erlegt sich der nächste Ausfall. Der Bulgare hat sich mit dem Tocke angelegt und mit Salter für Foliev. Die Radaufhängung hängt vorne, Kauke an. Wir sind mit West, Windchen, Überhaus und Karesani, Foliev steht, Schatz, Sie gerade. Huh, auch wieder ein Ex-Täuscher. J.P. Sabern und wir werden Ihnen gleich nachliefern, was uns jetzt da ist der Sittat, der Restart. Wir sind viereinhalb Minuten vor der Flagge und drei Runden sagt die Rennleitung jetzt auf. Und wir ziehen, wir rüber auf, in der Attacke gegen Tim Heidemann. Der BNB innen auf der westlichen Linie ist Heidemann. Der kann nicht wenig genug mehr. Wir sind auf, in der Mitte ist es ziemlich nichts. Wir haben noch einen Aufwand, dann ist es nicht so groß, die Schatz, die ich nicht richtig hattet. Der Grundmögen ist der Rennleitung, da ein bisschen richtig gefreut. Und wir sind hier drüber auf, in der Mitte ist es so groß, dass wir nicht mehr nachkommen sind. Und wir sind hier in der Mitte auf den anderen Linien, die man auf den Rennleitung nachkontrofen haben. Wir sind hier in der Mitte, in der Mitte ist es immer ganz viel. Wir sind hier in der Mitte sind hier in der Mitte. Wir sind hier, in der Mitte ist es unbedingt einfach ein bisschen. Wir sind hier, in der Mitte ist es nicht einfach. Ich habe keine Liebeschartige Hilfsartige, die um privilegericht an ja, Der Ressort ist perfekt getimt, innenbahnt, spät genug gebremst, keine Chance für Team Eilemann, der so viele Jahre mehr Erfahrung hat, soll überhaupt nicht die Jahre unter Eilemann schließen. Der Ressort sieht für mich auch nicht daran aus, denn auf das Thema Stadt Nummer 17 riecht nach Abschleppwagen, nach Hochheben, Hochheben, Hochheben. Hier ist Rui Wachwa mit dem Eile Motorsport Audi auf Rang 3 und wie sich fruchtet Daniel Gregor Mittering, der Rang von Rundfunk. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.